Transparenz durch offene Verwaltungsdaten gestalten. Dabei geht Jana Parkhütter der Frage nach, wie können wir Transparenz durch offene Verwaltungsdaten nachhaltig schaffen und umsetzen. Ein spannendes und wichtiges Thema, wie ich finde. Jana Parkhütter absolvierte ihren Bachelor in Kommunikationsdesign an der FH Aachen und schloss ihr Masterstudium im Fach Public Interest Design an der Bergischen Universität Wuppertal ab. Sie arbeitete unter anderem als UI UX Designer und in Open Source Projekten. Zurzeit ist Jana Parkhütter im Bereich Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung tätig. Aber nun in Media Ways. Bitte Jana. Ja, hallo. Vielen Dank für die nette Einführung und willkommen zu meinem Vortrag. Wie schon erwähnt, komme ich eigentlich aus dem Design, Schwerpunkt User Experience Design, beschäftige mich aber schon seit einiger Zeit mit dem Thema offene Daten. Und dazu habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben im Fach Public Interest Design und möchte euch heute einen Ausschnitt aus meiner Masterthesis vorstellen. Das Thema Transparenz durch offene Verwaltungsdaten. Ja, seit ich mich mit dem Thema Open Data, Open Government, Open Source auseinandersetze, bin ich immer wieder über das Wort Transparenz gestolpert. Und im Kontext meiner Arbeit habe ich mich im Detail mit dem Begriff auseinandergesetzt. Der Begriff Transparenz findet in vielen Bereichen Verwendung. Wir betrachten heute Transparenz vor allem im gesellschaftlichen Kontext. Mit dem Fokus auf Transparenz von staatlichen Institutionen wie kommunalen Verwaltungen und Politik. Die Transparenz von BürgerInnen soll im Rahmen des Vortrags keine große Rolle spielen. Oder überhaupt keine Rolle. Wenn es um das Thema offene Daten geht, speziell um offene Verwaltungsdaten, fordern BürgerInnen häufig Transparenz. Und gleichzeitig versprechen die Institutionen, die offene Daten bereitstellen, Transparenz. Das klingt erstmal gut. Transparenz wird gefordert und versprochen. Alle sind glücklich. Aber wie sieht die Umsetzung in der Realität aus? Um sich effektiv beteiligen zu können und um die Forderungen an die Politik stellen zu können, brauchen BürgerInnen Informationen. Und durch offene Daten können diese Informationen geschaffen werden. Eine wichtige Unterscheidung an dieser Stelle. Daten an sich sind noch keine Informationen. Daten müssen erst verarbeitet werden, um aus ihnen Informationen zu generieren. Aus der Veröffentlichung von Verwaltungsdaten wächst bei BürgerInnen die Hoffnung, Zugang zu Informationen erhalten zu können. Verwaltungen und Regierungen sollen durch offene Daten für BürgerInnen transparent werden. Vorgänge können besser nachvollzogen werden. Durch offene Daten können BürgerInnen einen Einblick in die Handlungsfelder von Politik und Verwaltungen bekommen. Aber wie funktioniert das Schaffen von Transparenz im Detail? Wie kann Transparenz gestaltet werden und wie kann Transparenz durch oder auch mit Hilfe von offenen Daten geschaffen und umgesetzt werden? Eine Erkenntnis aus meiner Arbeit. Transparenz wird gefordert und versprochen, ohne dass dabei ein konkreter Weg für die praktische Umsetzung aufgezeigt wird. Ich habe eine Definition von Transparenz mitgebracht, um ein gemeinsames Verständnis von dem Begriff zu schaffen. Was ist Transparenz? Es wird definiert als Durchscheinen und Durchsichtigkeit im Sinne der Optik, aber auch als Durchschaubarkeit und Nachvollziehbarkeit im gesellschaftlichen Kontext. Um den Begriff ein bisschen besser greifen zu können, hilft vielleicht ein Vergleich zur Radiologie, den ich bei Patrick Hillian gefunden habe. Röntgenstrahlen können ein Organismus durchsichtig machen. Dabei wird aber nie alles transparent, denn dann könnten wir auf den Röntgenbildern nichts mehr sehen. Nur ein Teil des Organismus wird durchsichtig, also Transparenz, um etwas zuvor Verborgenes sichtbar zu machen. Haut und Fleisch werden durchsichtig, um die Knochen sichtbar zu machen. Also durch den Einsatz von Transparenz können zum Beispiel Prozesse durchsichtig gemacht werden, um eine Sichtbarkeit auf zuvor verborgene Details innerhalb eines Verfahrens zu ermöglichen. Transparenz zeigt immer einen Einblick in einen Organismus. Dass Transparenz im politischen und im gesellschaftlichen Bereich wichtig ist, ist inzwischen zu einer von allen Parteien getragenen Forderung oder auch Meinung geworden. Die AutorInnen Nico Stehr und Cornelia Wallner sprechen sogar von einem Zeitalter der Transparenz. Und wird nur Transparenz geschaffen und Daten oder auch Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, entstehen daraus in unserer heutigen digitalen Gesellschaft einige Herausforderungen. Wir werden heutzutage von Eindrücken, von Input, von Informationen überschüttet. Aus Daten müssen Informationen generiert werden. Und die Informationen müssen zielgerichtet erstellt und vermittelt werden, damit die geforderte Transparenz auch wirklich wirksam umgesetzt werden kann. Und geschieht dies nicht, bleibt das Versprechen der Transparenz nur eine leere Worthülse. Hierzu vielleicht ein Beispiel. Das hier ist ein Screenshot aus dem Ratsinformationssystem der Stadt Wuppertal. Auf der Website können BürgerInnen einsehen, was in der Kommunalpolitik besprochen und entschieden wird. Alle Sitzungen werden in einem öffentlichen Kalender gelistet und die entsprechenden Dokumente, wie die Tagesordnungen, können aufgerufen werden. Die Stadt Wuppertal möchte mit dieser Website ein Stück Transparenz schaffen. Aber kann die Kommune ihr Versprechen halten? Auf den ersten Blick schon, denn hier werden Informationen aus der Verwaltung an die BürgerInnen gegeben, für die BürgerInnen veröffentlicht. Bei genauer Analyse zeigen sich jedoch einige Probleme, wie zum Beispiel das Portal ist wenig übersichtlich und hat hohe Einstiegshürden. Wer von euch kann etwas mit den Abkürzungen NIÖ oder TO anfangen? Und die Website ist auch nicht ganz leicht aufzufinden. Was verdeutlicht dieses Beispiel? Um Daten zu veröffentlichen, Daten zu veröffentlichen alleine reicht nicht, um Transparenz zu schaffen. Die Inhalte müssen auch gefunden und nachvollzogen werden können. Auf den ersten Blick lässt sich hier eine einfache Antwort vermuten. Die Daten bzw. Informationen sollen ein bisschen hübsch gemacht werden, ein bisschen nutzerinnenfreundlich, das Ganze gut verkauft werden und damit lassen sich die Herausforderungen schon bewältigen. Zack, Transparenz. Das ist ein guter erster Schritt, aber es braucht noch viel mehr, um Transparenz wirklich wirksam zu machen und vor allem nachhaltig. Und um die Forderung und dem Versprechen von Transparenz nachzukommen, brauchen wir nicht nur oberflächliche und konventionelle Lösungen, sondern wir müssen tiefer graben. Warum? Hier ein weiteres Beispiel. Zwar ist das das Beispiel kleine Anfragen. Einige von euch werden es schon kennen und für alle anderen hier nochmal in Kürze. Ein Team der Initiativen Frag den Staat und Abgeordneten. Watch.de hat es sich vor einiger Zeit zur Aufgabe gemacht, die Gutachten öffentlich zu machen, die in Form von kleinen Anfragen vom Deutschen Bundestag erstellt werden. Kleine Anfragen helfen Abgeordneten, ihre Arbeit zu machen. 2016 hat das Team ein einfaches Online-Tool gebaut, über das die Einsicht in die Gutachten mit nur zwei Klicks beim Bundestag beantragt werden konnte. Und innerhalb kürzester Zeit gingen daraufhin 2000 Anfragen beim Bundestag ein. Der beschloss daraufhin, dass die Anträge nicht einzeln bearbeitet werden sollen, sondern stellte alle Gutachten online frei zur Verfügung. Und seit dieser Aktion werden alle neuen Gutachten aus kleinen Anfragen proaktiv vom Bundestag und von vielen anderen Parlamenten offen bereitgestellt. Damit die Dokumente besser gefiltert werden konnten, als es die Website des Bundestages zulässt, ist ein Projekt aus der Community entstanden, kleineanfragen.de. Hier seht ihr auch ein Screenshot davon. Und es hat sich zu einer Plattform entwickelt, die nicht nur von BürgerInnen genutzt wurde, sondern auch von den Mitgliedern der Parlamente selbst. Ein Open Data Erfolgsprojekt, das bundesweit bekannt geworden ist. Hört sich super an. Doch wie ihr sehen könnt, ist das Tool nicht mehr aktiv. Wie einige ähnliche Projekte ist das aus der Community, ist kleineanfragen.de vor kurzem stillgelegt worden. Warum ist das so? Was hat zu dieser Entwicklung geführt? Die Gründe sind vielschichtig und unter anderem werden an ehrenamtliche Projekte häufig professionelle Ansprüche gestellt, die aus der Community heraus nicht langfristig erfüllt werden können. Und die Finanzierung solcher Projekte gestaltet sich schwierig, unter anderem durch die komplexen Strukturen der Fördermittellandschaft in Deutschland. Wobei ich gestern einen Vortrag gesehen habe, vorgestern war es, über die Machbarkeitsstudie des Sovereign Tech Funds, ist ein spannender erster Ansatz, um hier möglicherweise Verbesserungen schaffen zu können. Um die Problematik nochmal ein bisschen anders zu veranschaulichen. Das hier ist der sogenannte Open Data Gesamtprozess von Wolfgang Gesoll. Die Grafik zeigt den Prozess von der initialen Erhebung der Daten bis hin zur nachhaltigen Nutzung. Den idealen Prozess. Gesoll stellt fest, dass ehrenamtliche Projekte es in der Regel nicht schaffen, bis zu einer nachhaltigen Nutzung zu kommen. Die Projekte kommen maximal bis zur Stufe Zweitnutzung spontan. Und es findet keine professionalisierte und langfristige Nutzung der offenen Daten statt. Die Projekte verbleiben im sogenannten Prototypenstatus. Und hier zeigt sich auch die Problematik im Bezug auf Transparenz. Es werden offene Daten bereitgestellt, aufbereitet, veröffentlicht. Alles schön und gut. Aber wir schaffen es aktuell nicht, ausreichend Langfristigkeit, Auffindbarkeit und Verständlichkeit zu schaffen. Wir schaffen es nicht über den Prototypenstatus hinaus. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, wie kann Transparenz gestaltet werden? Wie kann Transparenz mit Hilfe von offenen Daten geschaffen und umgesetzt werden? Die Verwaltungen stellen offene Daten bereit und möchten damit für BürgerInnen transparenter werden. Und meiner Ansicht, meiner Analyse nach, ist der aktuelle Stand nicht das, was ich mir tatsächlich unter Transparenz von öffentlichen Institutionen vorstelle. Die Bereitstellung von offenen Daten alleine genügt nicht. Die Veranstaltung von Hackathons und kurzfristige Förderung von Startups alleine genügt nicht. Transparenz heißt Durchschaubarkeit und Nachvollziehbarkeit. Und das nicht nur in Form von Prototypen, die nur an wenigen Stellen an der Oberfläche kratzen. Wie kann also jetzt Transparenz durch offene Verwaltungsdaten tatsächlich wirksam und auch nachhaltig werden? Wie können wir die Gestaltung von Transparenz angehen? Wie können wir über die konventionellen Lösungen hinausgehen? Den Ansatzpunkt habe ich in einem Interview von Walter-Wenz-Deport gefunden. Und ich finde das Zitat so gut, ich möchte es kurz vorlesen. Wenn man wirklich eine Stadt gestalten möchte, wenn man den echten Kampf austragen und die Probleme angehen will, dann muss man in den Clinch gehen mit öffentlicher Planung. Regierungen, Verwaltungen und großen institutionellen Immobilienentwicklern. Ich glaube, hier liegt die eigentliche Anstrengung, dass wir uns in diesen Strukturen und Institutionen, mit diesen Strukturen und Institutionen einlassen, dieser furchterregend komplexen dunklen Materie. An dieser Stelle wird es erst richtig interessant. Zusammengefasst heißt dieses Zitat, um Veränderungen bewirken zu können, muss eine Auseinandersetzung mit der dunklen Materie stattfinden. Und jetzt wird es kurz etwas komplizierter und ich hoffe, ihr könnt meiner Herleitung folgen. Was ist dunkle Materie? Dunkle Materie ist in diesem Kontext erstmal eine Metapher. Der Begriff kommt aus der Physik. Dunkle Materie ist fundamental, sie macht ca. 83% unseres Universums aus. Doch dunkle Materie ist nicht direkt wahrnehmbar oder beobachtbar. Wir sehen sie nicht und wir können nur erahnen, wie wichtig sie für unsere Existenz ist. Und übertragen kann gesagt werden, dass dunkle Materie auch als Unsichtbarkeit bezeichnet werden kann. Und im Interview bezieht sich Vance Depot auf dunkle Materie, bezieht die dunkle Materie auf öffentliche Verwaltungen und Regierungen. BürgerInnen wissen nicht, was in Verwaltungen geschieht. Daher sind Verwaltungen wie dunkle Materie. Und es braucht eine Auseinandersetzung mit der dunklen Materie, um Veränderungen bewirken zu können. Und genau diese Auseinandersetzung kann ein Ansatzpunkt für eine Lösungsstrategie sein. Die Inhalte der dunklen Materie sind nicht sichtbar, aber sie sind fundamental für die Lösung eines Problems. Jetzt hier noch ein weiterer Begriff, das System. Jetzt gehen wir kurz in die Designtheorie nach Lucius Burkhardt. Systeme bestehen nach Burkhardt aus sichtbaren und unsichtbaren Teilen. Der sichtbare Teil von Systemen können zum Beispiel Produkte sein. Der unsichtbare Teil sind die Zusammenhänge zwischen den Produkten. Die Gestaltung von Produkten kann der unsichtbare Teil eines Systems beeinflusst werden. Und diese Definition von Systemen verbinde ich in meiner Arbeit mit der Metapher der dunklen Materie. Ich betrachte Verwaltungen als ein System und untersuche, wie Gestaltung den unsichtbaren Teil eines Systems nutzen und darauf einwirken kann. Die Beschäftigung mit der dunklen Materie eines Systems kann fundamental für die Lösung von Problemen sein. Und hier zeigt sich der Unterschied zu konventionellen Lösungsansätzen. Diese setzen sich nicht mit den Einflüssen von Produkten auf Systeme auseinander. Bezogen auf Transparenz heißt das, um Transparenz effektiv zu gestalten, muss eine Beschäftigung mit dem Unsichtbaren der dunklen Materie stattfinden. Um mit Daten und Informationen tatsächlich etwas im Sinne der Transparenz sichtbar zu machen und an BürgerInnen zu vermitteln, braucht es eine tiefe Auseinandersetzung mit den Systemen der Verwaltung und der Politik. Ich hoffe, ich habe euch nicht komplett verloren. Zur Veranschaulichung ein Beispiel von Lucius Burkhardt. Ich habe das Ziel, effizient Zwiebeln zu schneiden und habe die Idee, eine Zwiebelschneidemaschine zu entwickeln. Diese Maschine ist toll. Sie ist eine Minute schneller, als wenn ich die Zwiebel mit der Hand schneiden würde. Leider braucht sie zehn Minuten zum Reinigen. Die offensichtliche Problemlösung im konventionellen Sinn der Gestaltung wäre die Erfindung eines Zwiebelschneidemaschinen- Reinigungsgeräts. Hiermit wird allerdings nur ein Einzelproblem nach dem anderen gelöst, weil sie darum Folgeprobleme nach sich zieht. Brauche ich im nächsten Schritt dann ein Zwiebelschneidemaschinen-Reinigungsgerät-Reinigungsgerät. Eine andere Herangehensweise an das Problem wäre die Veränderung des Systems. Das Ergebnis könnte sein, eine Küche oder auch das System einer Küche, das GästInnen dazu anregt, beim Zerkleinern einer Zwiebel zu helfen. Das Beispiel ist natürlich stark vereinfacht, aber es zeigt den Unterschied zwischen konventionellen Problemlösungsstrategien und einem Hinterfragen und einem Neudenken von Systemen. Also, statt der konventionellen Herangehensweise an Probleme kann ich ein System verändern. Und um dieses Systeme zu erkennen und zu verstehen, muss ich mich mit der dunklen Materie mit dem Unsichtbaren auseinandersetzen. Zum Beispiel mit der dunklen Materie von öffentlichen Institutionen. Wie genau können solche Systeme verändert werden? Hierfür muss immer wieder die Frage nach dem Warum gestellt werden, nicht nur die Frage nach dem Wie. Und so können die Probleme an der Wurzel angepackt werden. Hierfür nochmal zurück zum Beispiel von eben, der kleinen Anfragen. Die InitiatorInnen des Projektes haben eine Schwachstelle im System der Verwaltung erkannt und hier gezielt angesetzt. Durch die kurzfristige Überflutung der Behörde mit Anträgen konnte die Bereitstellung aller Gutachten aus kleinen Anfragen erreicht werden. Das Ergebnis ist, dass bis heute kleine Anfragen als offene Daten bereitgestellt werden, ohne dass irgendwelche Anträge gestellt werden müssen. Und mit dieser Grundidee können wir an alle möglichen Probleme herangehen. Zum Beispiel die Fördermittellandschaft verändern, statt zu akzeptieren, dass unsere geilen Community-Projekte stillgelegt werden müssen. Jetzt möchte ich nochmal ein paar Erkenntnisse zusammenfassen. Wie kann die Gestaltung von Transparenz umgesetzt werden? Der Kern meiner Masterthesis ist die Aufstellung von drei Aufgabenstellungen, mit denen Transparenz gestaltet werden kann. Und diese möchte ich euch gerne vorstellen. Der erste Punkt ist die Gestaltung von Sichtbarkeit. Was heißt das? Zum einen geht es darum, offene Daten im Sinne von Datenvisualisierungen lesbar, analysierbar und interpretierbar zu machen. Das heißt, aus Daten müssen Informationen werden. Und manche Daten brauchen mehr Aufwand zur Aufbereitung, wie offene Haushaltsdaten und andere Daten weniger, wie die Gutachten aus den kleinen Anfragen. Und neben der Beschäftigung mit den offenen Daten kann auch eine Beschäftigung mit dem System stattfinden, das die Daten bereitstellt, also der dunklen Materie. Es können zum Beispiel organisatorische Strukturen hinter den Daten sichtbar gemacht werden und dadurch Transparenz geschaffen werden. Und um eine gute Sichtbarkeit zu erreichen, spielt natürlich auch die zielgruppenorientierte Kommunikation der Inhalte eine entscheidende Rolle. Die Essenz, eine Bereitstellung von Daten und eine Darstellung von Informationen alleine genügt nicht. Die Inhalte müssen auch nachvollzogen und gefunden werden können. Als nächstes Produkte gestalten. Was ist ein Produkt? Ich würde zum Beispiel das Ratsinformationssystem der Stadt Wuppertal oder auch kleineanfragen.de in diesem Kontext als Produkt bezeichnen. Mit Produkten können Informationen gezielt vermittelt werden. Durch sie werden eine Marke und ein Ort, wie zum Beispiel eine Website geschaffen, an die sich BürgerInnen erinnern können und wenn sie auf der Suche nach speziellen Informationen sind. Produkte können spezifische Features beinhalten, welche die Vermittlung von Informationen nutzerinnenfreundlicher machen. Und um aus den ersten Prototypen nachhaltig genutzte Produkte machen zu können, braucht es hier eine Analyse der unsichtbaren Systeme, die das Produkt umgeben. In diesem Fall ist jedoch weniger die dunkle Materie der öffentlichen Verwaltungen, sondern der Kontext, in dem das Produkt genutzt werden soll. Um die Anwendungen langfristig etablieren und skalieren zu können, braucht es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Umfeld des Produktes, also mit den Systemen, die das Produkt umgeben. Als letztes haben wir die Systeme, denn auch Systeme selbst können gestaltet werden. Wie eben bereits beschrieben, kann die dunkle Materie beeinflusst werden, indem die richtigen Hebel im bestehenden System gefunden werden. Um solche Hebel zu identifizieren, braucht es eine tiefe Beschäftigung mit der dunklen Materie. Und hierfür sollten wir immer wieder die Frage nach dem Warum stellen und nicht nur die Frage nach dem Wie. Systeme können aber auch nicht nur disruptiv beeinflusst werden, sie können auch proaktiv gestaltet werden. Zum Beispiel direkt aus den öffentlichen Institutionen heraus. Hier können zum Beispiel die Prozesse zur Bereitstellung von offenen Daten verbessert werden, indem das Denken aus NutzerInnenperspektive bei der Umsetzung mit einfließt. Und zusammen mit den Verwaltungen können wir Wege finden, wie das Angebot von offenen Daten so gestaltet werden kann, dass es von BürgerInnen besser genutzt werden kann. Durch neue Produkte können wir auch neue Systeme geschaffen werden. Und wenn wir die richtigen Hebel identifizieren, können wir durch neue oder bestehende Strukturen Veränderungen bewirken. Wie mit den Daten und Informationen, die durch Transparenz entstehen, umgegangen werden kann, kann hier an der Wurzel angepackt werden. Was können wir am Ende festhalten? Transparenz wird von BürgerInnen gefordert und von öffentlichen Institutionen versprochen, ohne dass dabei ein konkreter Weg für die praktische Umsetzung aufgezeigt wird. Die bestehenden Ansätze reichen alleine nicht aus, um aus Prototypen nachhaltige und langfristige Projekte zu machen. Aber wir müssen uns nicht mit dem Status Quo abfinden. Wie kann Transparenz gestaltet werden? Wie kann Transparenz durch oder mit Hilfe von offenen Daten geschaffen und umgesetzt werden? Indem wir die Systeme hinterfragen und uns tief mit ihnen auseinandersetzen. Wir können offene Daten nutzen, um mehr Sicherheit, mehr Verständnis und Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Wir können bessere Open Data Produkte schaffen, die in dem Kontext ihrer Nutzung gedacht werden. Und wir können die Systeme selbst an der Wurzel anpacken und sie aus anderen Perspektiven betrachten und so die großen Probleme angehen, die uns bei der Umsetzung unserer Ziele im Weg stehen. Wir leben heute in einem Zeitalter der Transparenz, welches viele Herausforderungen mit sich bringt. Und in einer Welt von immer größer werdenden Datenmengen braucht es kluge Herangehensweisen, um den Überblick zu behalten und Inhalte systematisch vermitteln zu können. Ich habe in der Präsentation versucht, Wege aufzuzeigen, wie das Versprechen von Transparenz durch offene Verwaltungsdaten auch wirklich umgesetzt werden kann. Natürlich ist das hier nur ein theoretischer Ansatz, wie Transparenz gestaltet werden kann und es bleiben viele Fragen offen. Und ob der Ansatz tatsächlich auch so umgesetzt werden kann, muss im nächsten Schritt in der Praxis getestet werden. Im Themenfeld von Transparenz durch offene Verwaltungsdaten gibt es noch viele Herausforderungen. Und es bleibt abzuwarten, welche Projekte und Ideen aus der Beschäftigung mit der dunklen Materie entstehen können und entstehen werden. Vielen Dank. Ich habe nicht so lange gebraucht. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Vielen Dank dir, Diana, für diesen Vortrag. Genau, wir haben schon eine Frage bekommen. Ansonsten für weitere Fragen bitte gerne per Twitter at Ruhrstage oder über Mastodon at R3S at chaos.social oder im IRC könnt ihr uns auch in den Kanälen Hashtag R3S oder Hashtag RCS R3S finden und uns dort Fragen stellen. Also erste Frage, die wir haben. Der Talk schaut vor allem aus einer gesellschaftlichen und Designperspektive auf die Probleme. Wo kommt die Technik ins Spiel? Wie können zum Beispiel DesignInnen, DesignerInnen und ProgrammierInnen zusammenarbeiten, um die angestrebten Ziele zu erreichen? Ja, genau. Wie schon gesagt, schaue ich immer sehr aus einer Designperspektive aus die Probleme und Design heißt für mich wirklich nicht nur hübsch machen. Ich denke, das ist in dem Vortrag auch rübergekommen, sondern Strukturen tiefer denken und die Methoden und die Denkweisen des Designs vor allem im Sinne der Problemlösungsstrategien anzuwenden auf gesellschaftliche Probleme. Und ich habe über die Zeit jetzt einige spannende Beobachtungen gemacht. Ähnliche Herangehensweisen und Denkweisen sehe ich auch im Bereich der ProgrammiererInnen, dass hier einfach supergeile Projekte angestoßen werden. Und wir sehen sehr, sehr viel auf dem Kongress, was wirklich, wirklich toll und faszinierend ist. Aber genau, ich sehe auch an einigen Stellen, dass die Projekte scheitern und sehe auch die Stellen, wo sie scheitern. Und zwar in der fehlenden Kooperation zwischen Design und Programmierung. Weil, ja, persönliche Beobachtung, ProgrammiererInnen denken, ja, ich kann das umsetzen, wunderbar, Technik funktioniert und ich stelle dir eine Website, ein Produkt in die Welt, um was Tolles zu machen. Und am Ende kann es aber nicht gut benutzt werden oder wird nicht aufgefunden, weil halt genau diese Designkomponente fehlt. Die NutzerInnenorientierung, das nutzerinzentrierte denken. Ja, oder auch tatsächlich Vermarktungsstrategien, weil auch für Open-Source-Projekte brauchen wir eine gewisse Form von Öffentlichkeitsarbeit, damit die Leute das auch finden können. Und auf der anderen Seite sehe ich so mein Umfeld, die DesignerInnen, die ähnlich geile Projektideen haben und ganz, ganz viel machen wollen und denen es an den technischen Kompetenzen fehlt, um, ja, vor allem digitale Projekte dann noch umsetzen zu können. Ja, und da wünsche ich mir sehr und ich versuche das auch, ja, voranzutreiben, da wirklich die Leute zusammenzubringen und diese Energien zu schaffen. Weil ich glaube, wenn wir, ja, da Überschneidungen schaffen, dann können wir zusammen viel, viel mehr erreichen. Genau. Und ja, speziell auch im Feld der offenen Daten, genau, was jetzt so der Fokus des Vortrags war. Also ich, genau, ich habe auch Verständnis, also du hast es, glaube ich, sehr gut klar gemacht, dass es wirklich auch um Systemdesign geht und das zu verstehen und das dann eben auch geschickt nutzen zu können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Wichtigkeit von UI-UX-Design zusammen mit technischen, mit der technischen Fähigkeit von den Leuten, die man hier auf dem Kongress findet. Das wäre super. Okay, weitere Fragen. Sind die Verwaltungen überhaupt schon soweit, Transparenz mittels Open Government anbieten zu können? Sind wir im Prozess nicht noch viel weiter vorne? Bevor digitale Daten transparent veröffentlicht werden, müssen sie ja erst einmal digital vorliegen und durch die Verwaltung strukturiert werden. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also es gibt ja einige Open Data Plattformen von einigen Kommunen, von einigen Ländern. Ich habe die Zahlen nicht direkt im Kopf. Also es ist noch ganz, ganz viel Platz nach oben. Wir sind im dreistelligen Bereich, unteren dreistelligen Bereich der Kommunen, die offene Daten bereitstellen aus der Verwaltung von um die 11.000 Kommunen in Deutschland. Also da geht noch was. Genau, aber das Thema kommt immer mehr in den Fokus. Immer mehr Kommunen machen das auch aus sich heraus. Es gibt auch immer mehr Communities in den Städten, die das vorantreiben. Ja, genau. Also ich sehe da viele Bestrebungen und habe auch so in meinen vielen Gesprächen, die ich geführt habe, mit Leuten aus der Verwaltung, ja, auch den Willen dahinter gesehen, aber die werden tatsächlich stellenweise auch gehemmt durch ihre eigenen Strukturen. Ja, da muss noch viel passieren, aber es ist auch schon einiges da. Ich glaube auch, also wenn du jetzt schon eben Portale von der Stadt Wuppertal zeigst, also schon auf der städtischen Ebene angelangt sind diesbezüglich, dann klingt das für mich eigentlich auch erst mal nicht schlecht. Es gibt auch positive Beispiele aus dem IAC, die uns berichtet werden hier. So wird uns zugetragen, ich bin der Autor einer Open Source Wetter App, die Open Data des Deutschen Wetterdienstes als Quelle benutzt. Die technische Seite ist von der Seite des Deutschen Wetterdienstes gut dokumentiert. Der Deutsche Wetterdienst beantwortet Fragen und hilft und die Datenlieferung ist total zuverlässig. siehe htps-doppelpunkt-doppel-slash-opendata.dwd.de. Dann haben wir einen Kommunalpolitiker, der uns zuträgt, die Verwaltungsmitarbeiterinnen zu digitalisieren, wird schwieriger werden, als die Datenerhebung anzupassen. Ja, vielleicht erst mal zu dem ersten, das war ja ein Kommentar. Freut mich sehr, dass du da was Tolles hast. Klingt nach einer spannenden Sache, werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Es gibt auf jeden Fall positive Beispiele. Der Vortrag war jetzt auch ein bisschen sehr, sehr fokussiert, zielgerichtet, stellenweise vielleicht auch ein bisschen übertrieben formuliert. Mag sein. Aber ich denke, die Richtung ist schon so wie beschrieben, dass es doch an vielen Stellen doch noch mehr Probleme gibt, als jetzt positive Beispiele. Ja, ich glaube vor allem auch eben diese, was, wie gesagt, die Nachhaltigkeit dann herzustellen. Also wie kann dieses Projekt, was dann erst mal von Enthusiasten ins Leben gerufen wurde mit dem kleine-anfragen.de, wie kann man das nachhaltig am Laufen halten? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Genau. Jetzt vielleicht zu der zweiten, zweiten Kommentar, zweiten Frage. Die MitarbeiterInnen zu digitalisieren. Ja, da würde ich, glaube ich, auch zustimmen. Genau. Ja, das ist wirklich nicht einfach und ich merke es auch gerade in meiner beruflichen Arbeit, ja, wo ich auch mit Verwaltung tatsächlich zusammenarbeite an einigen Stellen. Das ist nicht einfach, aber wir kommen um die Herausforderung nicht drum herum und wir müssen uns der stellen, weil ohne geht es ja irgendwie auch nicht. Und ja, ich glaube, das wird immer besser und immer einfacher und ich blicke da doch positiv in die Zukunft. Auch mit so einem, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben und einen langen Atem, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Das wird gut. Wir schaffen das. Ja, UI, UX ist ja da auch eben, also kann helfen, das zugänglicher zu machen für die Mitarbeiter. Definitiv. Das ist auch ein Punkt, der in der Verwaltung tatsächlich auch häufig vergessen wird, was ich jetzt auch sehe in meinem Job. Ja, dass halt leider nur die Technik gedacht wird. So, ja, wir müssen das technisch bereitstellen und ja, sieht schon irgendwie gut aus und alle reden ins Design rein. Und ja, am Ende ist es dann halt doch nicht so bürgerInnen freundlich und die Nutzungszahlen bleiben doch aus, weil es halt an den schon beschriebenen Stellen scheitert. Ja, mehr DesignerInnen in Verwaltung und unsere Softwareprojekten. Ja, das wird oft unterschätzt. Auch in Firmen. Okay, nächste Frage. Inwieweit steht das Urheberrecht dem Open Data immer noch im Weg? Daten werden nicht veröffentlicht, weil die Verwaltung versäumt hat, das Recht zur Veröffentlichung zu erwerben? Ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ist ja auch eher ein Kommentar. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Gibt es an einigen Stellen, aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele andere Stellen, wo Daten liegen und veröffentlicht werden können. Das nur noch nicht geschieht aus diversen Gründen von Zeitmangel, mangelnder Kompetenz, mangelnden Ressourcen und ja, vielleicht auch einfach, weil das Projekt noch nicht angepackt wurde. Dann haben wir einen emotionalen Kommentar, der sagt, dass der Talk die Person wütend macht. Die Vortragende hat sicher ihre Gründe, das alles politisch korrekt zu formulieren, aber ich finde es ziemlich krass, dass die Selbstverpflichtung des Staates, transparent zu sein und auch sein zu müssen, so zum Problem von Freiwilligen gemacht wird. Kann ich verstehen, den Frust. Den Punkt habe ich nicht viel mit einfließen lassen, weil es auch nicht Kern meiner Arbeit war. Das habe ich eher ein bisschen ausgeklammert. Dahinter steht ja der Punkt von, wer ist verantwortlich? Ist es die Community oder ist es die Verwaltung? Und ich finde es schwer zu sagen, wer jetzt tatsächlich verantwortlich ist. Und ich glaube, am Ende müssen beide Seiten ran und zusammenarbeiten. Ja, genau diese Kooperation birgt glaube ich am Ende den Schlüssel, weil es die Verwaltung am Ende nicht selber hinbekommt, mein Eindruck, alleine nicht hinbekommt. Einfach aus ihren Strukturen heraus, aus ihrer Geschichte heraus und auch fehlenden Kompetenzen. Aber das Ganze auch nicht nur auf den Schultern der Community liegen darf. Weil Probleme habe ich aufgezählt, dass es an ganz vielen Stellen auch am Ende nicht fair ist, wenn solche wichtigen Sachen, sowas Wichtiges wie Transparenz nur durch Einzelpersonen oder Communities geschaffen wird und gestützt wird. Da muss auf jeden Fall die Verwaltung einen Beitrag leisten. Ja. Und auch eben Hebel an den Fördergeldern ansetzen. Ja. Ja. Wie hältst du es mit der Justizverwaltung? Da gibt es für Gerichtsentscheidungen zwei große Portale, Juris und Beck-Online, auf die JuristInnen stark angewiesen sind. Was ließe sich da machen? Die kenne ich leider beide nicht. Von daher kann ich da gerade nichts zu sagen. Fair enough. Tut mir leid. Welche Aufgaben übernimmst du in deinem Alltag, um Daten und UmsetzerInnen zusammenzubringen? Ich bin einmal bei Open Data mit aktiv. Die Wuppertaler Open Data Initiative. Da stoßen wir immer wieder Projekte an. Was Konkretes kann ich da jetzt aber gerade nicht nennen an Projekten. Und ich versuche da auch beruflich immer mehr irgendwie in die Ecke zu kommen, da Synergien zu schaffen. Ich bin aber nicht genau an der Open Data-Schnittstelle, sondern an etwas anderen Projekten. Danke. Wie gestaltet man die Kontaktaufnahme zu Behörden und um dort Unterstützung beim Befreien von Daten zu finden oder herauszufinden, welche Daten überhaupt verfügbar sind? Ich glaube erst mal, nett an die Behörden rangehen. Da habe ich persönlich jetzt auch noch nicht viel Erfahrung gemacht. Wir haben in Wuppertal einen relativ guten Draht zur Stadt und zu Leuten aus der Verwaltung, die genau an der Quelle der offenen Daten sitzen. Den Erstkontakt haben da andere vor mir schon übernommen. Aber tatsächlich einfach nett an sie herantreten, per Mail, per Telefon, sonst wie mit ein bisschen Geduld wahrscheinlich. Einfach das Gespräch suchen. Ja und eventuell, glaube ich, wäre auch Frag den Staat, oder? Eine Anlaufstelle, die man da diesbezüglich mit einbeziehen könnte, da Probleme zu haben. Ja. Aus dem Kopf heraus habe ich jetzt keine bestimmte Website oder Quelle, aber da gibt es auf jeden Fall auch Leitfäden und Leute, die sich damit beschäftigt haben. Vielleicht gibt es auch Talks schon dazu. Ja, google da mal so ein bisschen, schau danach. Ja, da gibt es auf jeden Fall Leitfäden, wie man sowas gut machen kann und Tipps. Und also von meiner Seite fragdenstaat.de, die werden euch sicherlich auch unterstützen insbezüglich. Ich denke auch. Was kann man einer Kommune empfehlen, mit welcher Technik die Daten zu veröffentlichen sind? Gibt es einheitliche Systeme? Wie hat Wuppertal die technischen Hürden gelöst? Consult in Fragezeichen, also mit C, das ist wahrscheinlich der Name meiner Lösung. Eigenentwicklung, existierendes Framework? Da kann ich nicht direkt was zu sagen, bis in Wuppertal umgesetzt ist. Da bin ich gerade nicht tief genug drin. Soweit ich weiß, gibt es gerade noch keine einheitlichen Standards, also zumindest keine verpflichtenden Standards. Ich glaube, die sind in der Entwicklung gefährliches Halbwissen. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein guter Schluss, weil das war die letzte Frage. Ich denke, es ist klar geworden, dass du von deiner Seite ja auch gar nicht so super technisch bist, erst mal vom Hintergrund her. Und natürlich dementsprechend, glaube ich, auch dankbar wärst, wenn eben technische Leute auf dich zukommen. Und genau diese Synergie hast du dir auch gewünscht. Insofern nutzt die Kontaktmöglichkeiten, um Jana an Jana heranzutreten, gerne. Ansonsten nochmal vielen Dank, Jana Parkhütter, für deinen Beitrag, die hoffentlich helfen kann, neue kreative Wege zu finden, Daten in Informationen zu überführen und dies auch nachhaltig. Ja, danke auch von meiner Seite. War sehr schön, hier zu sein. Und genau, ja, danke. Vielen Dank.